Nun folgen die Holstenhallen-Events. Die Rinderauktion öffnet ihre Tore wieder am 17. September in der Auktionshalle und dem Außengelände der Holstenhallen. Am 19. September steigt das Oktoberfest in der Holstenhalle 1. Als spannendes Event für alle Pferdefreunde findet der Trakener Hengstmarkt vom 15. bis 18. Oktober in den Holstenhallen statt. Und die Holstein International öffnet ihre Tore wieder vom 22. bis 25. Oktober in den Holstenhallen.